Super, dass du auch heute wieder dabei bist, denn heute geht es um deine Rente. Viel Spaß! Heute möchte ich allen Eltern einen Rententipp mit auf den Weg geben, denn es gibt von Rentenversicherungen eine Möglichkeit, wenn du zu Hause geblieben bist und dein Kind erzogen hast, zusätzlich Rentenpunkte zu erwirtschaften und womöglich günstige Bewertungen für dein Renteneintrittsalter zu erreichen. Dafür gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung den Antrag V0800. Ganz wichtig, wusste ich vor einiger Zeit auch noch nicht, habe ich mich darum gekümmert. Ich habe auch direkt mit der Rentenversicherung telefoniert und alles nachgefragt, soweit es für mich persönlich jetzt relevant war. Das möchte ich dir gerne wiedergeben. Es geht darum, dass du, wenn du dein Kind erzogen hast oder in dem Fall zum Beispiel deine Frau oder dein Partner, dass du in dieser Zeit nicht in die Rente einbezahlst und dir dadurch Nachteile entstehen. Das möchte aber der Staat nicht, sondern er fördert es, dass du zu Hause geblieben bist und du bekommst dafür Rentenpunkte. Man muss jetzt bei diesem Antrag V0800 unterscheiden. Es gibt einmal nämlich die Berücksichtigungszeit der Kindererziehung und einmal die Anrechnung für die Kindererziehungszeit. Die Anrechnung dieser Kindererziehungszeit wirkt sich direkt auf deine Rente aus. Das heißt nämlich, du bekommst für ein Kind, das du erzogen hast, drei Rentenpunkte geschenkt, sage ich mal. Geschenkt ist es natürlich nicht, weil sonst würde das natürlich automatisch laufen. Es läuft aber nicht automatisch. Du musst dich also eigenständig darum kümmern und bei der Rentenversicherung auf der Homepage ist es natürlich dann trotzdem ganz transparent dargestellt. Aber es wird natürlich nirgendwo Werbung gemacht für diesen Antrag. Das heißt, in den neuen Bundesländern kommst du aktuell mit einem Rentenpunkt, 36,02 Euro, müssten das sein. Und du bekommst drei, das sind ca. 108 Euro, Stand jetzt. Wie die Rente natürlich in 10, 20, 30 Jahren ausschaut, kann natürlich keiner vorhersagen. Aber es könnte durchaus sein, dass es natürlich mehr wird. Deswegen musst du unbedingt, wenn du ein älterer Teil bist, diesen Antrag ausfüllen, um kein Geld zu verschenken. Später in der Rente wirst du es unter Umständen erst recht brauchen und bist sehr dankbar dafür. Ich möchte das jetzt hier kurz aufzeigen. Und zwar gibt es ja einmal hier, haben wir gesehen, die Berücksichtigung wegen der Kindererziehung. Das ist dieser Teil, der nicht direkt für eine höhere Rente sorgt. Die Berücksichtigung der Kindererziehung ist also die Zeit, die indirekt für deine Rente zählt. Sie führt also im Normalfall zu einer günstigen Bewertung. Das heißt zum Beispiel bei Wartezeiten, was dann wiederum eine Auswirkung hat auf den Regeleintrittsalter. Also das ist der Punkt 1 zum Beispiel, der eben indirekt für deine Rente ziemlich gut ist. Feststellung von Kindererziehungszeit, das ist die Zeit, wo du Rentenpunkte bekommst, wo du aktiv mehr Rente im Alter hast. Deswegen habe ich gedacht, muss ich unbedingt dieses Video auch machen, weil ich habe das jetzt in meinem Freundeskreis schon vorab erzählt. Keiner, wirklich kein einziger hat jemals davon gehört, beziehungsweise hat sich mit dem Thema überhaupt auch befasst. Wie gesagt, ich habe angerufen bei der Rentenversicherung, bin auch gleich durchgekommen. Das ist absolut kein Problem. Also, wir gehen es jetzt hier kurz durch. Nur schematisch, wie gesagt, wenn du Probleme hast, kannst du natürlich immer gerne die Rentenversicherung direkt anrufen. Hier geht es zum Angaben zur Person. Und zwar geht es hier um die Person, die das Kind überwiegend erzogen hat. Wer ist es? Im Regelfall ist es ja die Frau, die zu Hause bleibt, 1, 2 oder 3 Jahre und das Kind sozusagen erzieht. Also, Angaben zu dieser Person, dann Angaben zu dem Kind. Dann musst du ausfüllen, Kind 2 womöglich, dann musst du ausfüllen, ob in dieser Kindererziehungszeit, in diesen 1, 2 oder 3 Jahren, in dem du oder dein Lebenspartner, Partnerin zu Hause war, ob es sich in den neuen Bundesländern abgespielt hat, diese Zeit. Denn diese Berechnung der Rentenpunkte bewertet leider immer noch nach alten und neuen Bundesländern. In den alten, in den westlichen Bundesländern ist es ja so 36,02 Euro pro Rentenpunkt. Und in den neuen, in den ostdeutschen Teil sozusagen, gibt es nur 35,98 oder so, also einen Ticken weniger. Also hier musst du es dann angeben. Weiter zu Punkt 4, Versorgungsanwartschaften. Ob du bei irgendeiner Anwartschaft warst. Kirchenrechtliche Versorgung, berufsständische Versorgung oder hier zum Beispiel selbstständige Tätigkeit. Also in dem Fall trotzdem der, der das Kind überwiegend erzogen hat. Dann Angaben bei Erziehung außerhalb des Deutschland trifft jetzt in diesem Fall für mich nicht zu oder für meine Frau. Dann geht es weiter. Punkt 7 für Asylberechtigte. Punkt 8 für Aussiedler, Spätaussiedler. Punkt 9, Erziehung in Deutschland. Punkt 9 für Ausnahme in Erziehung in Deutschland. Punkt 9 für Ausnahme in Erziehung in Erziehung in Erziehung. Punkt 9 für Ausnahme in Erziehung in Erziehung in Erziehung. Solche Sachen, ja, das kannst du alles verneinen, wenn das dem nicht der Fall ist. Und Punkt 11 ist jetzt wirklich der entscheidende Punkt, denn es geht darum, ob eine Unterbrechung der Erziehungszeit vorgelegen ist und oder ob der zu erziehende Elternteil es alleine erzogen hat. In diesem Fall, wenn du die Standardnorm hast, ja, du bist verheiratet, deine Frau ist zu Hause, erzieht das Kind drei Jahre sozusagen, dann ist natürlich anzukreuzen, die Erziehung erfolgt ja ohne Unterbrechung und gemeinsam mit dem anderen Elternteil. Denn im Regelfall erziehst ja du, wenn du verheiratet bist und im gemeinsamen Hausstand lebst, du und dein Lebenspartner oder Partnerin das Kind. Ja, hat der andere Elternteil das Kind in dieser Erziehungszeit erzogen. Mit dem anderen Elternteil ist jetzt gemeint im Regelfall der Vater, ja. Die Rentenversicherung geht nämlich davon aus, dass die Mutter die antragstellende Person ist. Und in diesem Fall hat die Rentenversicherung mir versichert, ist es so, dass da mit dem anderen Elternteil der Vater gemeint ist, ja. Dann haben wir hier Angaben zum Elternteil, der den Antrag nicht stellt. In diesem Fall bin es auch ich, ja, weil ich stelle ja den Antrag nicht, meine Frau erzieht ja das Kind. Dann haben wir hier den Dokumentenzugang einfach freilassen, ja, wenn du keine D-E-Mail-Postfach von der Rentenversicherung hast. In dem Fall kann man es einfach freilassen. Dann haben wir für benachteiligte Menschen die Möglichkeit, anders vorzugehen. Und hier kommt die Unterschrift und das Datum der antragstellende Person, also in dem Fall meine Frau, hin. Punkt 15 muss ausgelassen werden, das füllt die Rentenversicherung aus. Und du siehst hier aber auch, Geburtsurkunde oder Familienbuch und Stammbuch. Das heißt, wenn du diesen Antrag ausdruckst, dann musst du die Geburtsurkunde deines Kindes mitschicken und die Rentenversicherung bearbeitet ist. Die Rentenversicherung hat mir sogar versichert, dass, wenn es Probleme mit diesem Antrag gibt, sie auf dich zukommt, weil sie deine Kontaktdaten hat und nochmal einige Punkte hinterfragt. Solltest du das falsch ausfüllen, kann dir eigentlich gar nichts passieren. Die Rentenversicherung kommt auf dich zu, ja. Wirklich sehr transparent, finde ich auch wirklich gut und auch wichtig. So, und wann hast du jetzt diesen Antrag auszufüllen? Meine Tochter ist nicht einmal ein halbes Jahr alt. Es ist aber so, dass die Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten, ja. Du erinnerst dich, das erste, was ich dir erläutert hatte, und zwar geht es ja hier um die indirekte Bewertung deiner Rente, beziehungsweise bezüglich des Regeleintrittsalters, ist es so, dass die erst nach 10 Jahren völlig ausgeschöpft ist. Das heißt, du solltest diesen Antrag stellen, unbedingt, wenn dein Kind schon 10 Jahre alt ist, ja. Das auf jeden Fall und unbedingt. So wird nämlich die ganze Kindererziehungszeit vollumfänglich angerechnet. Diese Frist von 10 Jahren gilt allerdings nur, wenn du nach diesen 36 Monaten Kindererziehungszeit nicht gearbeitet hast. Wenn du Teilzeit oder Vollzeit wieder angefangen hast, nach spätestens diesen 36 Monaten, kannst du auch den Antrag sofort stellen, denn du zahlst dir wieder aktiv in die Rentenversicherung ein. Das heißt, die Kindererziehungszeit wird auch nur 36 Monate berücksichtigt. Auch ausfüllen, wenn dein Kind schon mindestens 36 Monate alt ist. Und jetzt zu Punkt 2, was sich also aktiv auf deine Rente, durch die Rentenpunkte auswirkt, ja, ist auch diese Frist von 36 Monaten abzuwarten, ja. Also sollte dein Kind 36 Monate alt sein, stell unbedingt diesen Antrag oder schreib dir jetzt das in den Kalender, lade es dir runter, dass du es immer vor dir hast, drück es am besten aus, leg es auf deinen Schreibtisch. Bitte, bitte vergess es nicht. Du verschenkst uns einfach Geld und es muss überhaupt nicht sein, ja. Und genau dafür ist auch Investment Traders da. Wir von Investment Traders finden nämlich, die finanzielle Bildung in Deutschland ist viel zu wenig diskutiert, ja. Deswegen lohnt es sich unbedingt, diesen Kanal zu abonnieren und weiter von Tipps und Tricks der finanziellen Bildung zu profitieren. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Tipp zur Rentenversicherung geben. Bitte verschenk kein Geld, tu mir den Gefallen, tu dir den Gefallen. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.